So, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Das ist der erste Vlog, den ich mache auf meinem Kanal. Und ja, hier ist gerade noch mein Hund. Leute, ich werde jetzt gleich erstmal ein bisschen rausgehen. Und ja, Leute, da bin ich schon wieder. Und jetzt werde ich noch ein bisschen mein Video schneiden, was morgen kommen wird. So, Leute, jetzt bin ich hier bei der Wohnung. Und zieh mal kurz meine Schuhe an, weil ich mich jetzt mit E8 treffe. So, Leute, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Und da ist er auch schon. Ah, moin. Hi. Ja, dann können wir ja eigentlich schon gehen, oder? So, ich gehe jetzt mit E8 raus. Also, wir wollen hier draußen mal ein bisschen Vloggen. Ja. Ja, und dann überlegen wir uns jetzt noch kurz, wo wir hingehen. So, Leute, wir sind jetzt in Rewe. Und ich hole mir jetzt erstmal eine Cola. Ich auch. Ja, er auch. Und dann gucken wir jetzt noch ein bisschen weiter. Leute, dann habe ich mir jetzt noch Nickels geholt. Ja. Die schmecken echt gut. So, Leute, wir waren jetzt bei Rewe. Wir haben uns da was zu trinken und eine Kleinigkeit zu Chips oder so gekauft. Ja. Jetzt gehen wir noch zum Netzo und holen da Tabasco für das Video, was wir gleich drehen. Und heute Philipp ist reingegangen in den Netzo und holt kurz Tabasco. Ich darf nicht mit rein, beziehungsweise weil wir ja den Rucksack haben. Und dann kontrollieren die da, ob da Sachen drin sind. Philipp hat das Tabasco geholt. Und wenn nicht, gehen wir jetzt zu Philipp und drehen dann das Video da. Okay. Wir laufen zu Philipp gerade und damit wir da dann das Video drehen können. Und ja, wir laufen, den kennt ihr schon? Oder, kennt ihr den? Nee. Ja. Nee. Ja. Also das Trinken hat es echt in sich. Und ja, wir laufen jetzt hier kurz zu Philipp. Drehen dann das Video. Schneiden das Video. Laden das Video. Machen den Vlog weiter. Hier noch ein langer Vlog werden. Oh, ich muss furzen. Oh, ich muss furzen. Und wir sehen uns dann. Leute, wir sind jetzt gleich da. Jo. Und wir laufen jetzt gerade, wie lange laufen wir gerade? 20 Minuten. Schon. Oder, ja, 20 Minuten laufen wir gerade. So Leute, wir sind jetzt da. Philipp packt da die Sachen aus. Und wir drehen jetzt gleich das Video. So Leute, das war der erste Vlog auf meinem Kanal. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal kostenlos. Abonniert die Glocke, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ciao.